Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 15 im Premier Cup. Wir stehen im Achtelfinale. Holen uns vielleicht den nächsten Premier Cup. Ich komme. Und los geht's gegen Barcelona. Ball wieder zurück im Spiel. Und zack. Benzema. Benzema läuft. Mathieu Del Pia im Weg. Benzema. Benzema mit dem Kopf. Wieso denn? Komm schon, Ronaldo. Verdammt noch eins. Weil der sich da reinkrätscht, muss ich drüberspringen. Wenn ich da nur nicht springen würde. Benzema zu Ronaldo. Der sieht Modric da laufen. Gegen den Pfosten. Benzema. Benzema. Oh Mann, da habe ich mich voll verschätzt. Es darf nicht passieren. Casillas. Und jetzt der Konter über Bale. Bale macht das Ding. Mit dem 1 zu 0. Eui. Kom da unten. Benzema. Knoos Halbzeit, klare Überlegenheit Oh man Ich hab mich sowas von verschätzt Oh man, oh man, oh man Ronaldo Und jetzt die Konterschance Was Schön gemacht Jetzt wieder die Konterschance, Ronaldo Benzema Ronaldo Und mitten rein Und Riesenschance Modric Und mein Gegner gibt auf Ich bin wohl etwas zu überlegen Hab ich so glatt das Gefühl Aber ich hab nur 1-0 geführt Also ich versteh nicht, warum der aufgibt Hatte ja ein paar Chancen So ist es ja nicht Nun ja, ich werd's annehmen Gewonnen Wir sehen uns in der nächsten Runde Bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018